Ja hallo und herzlich willkommen zurück zu Half-Life Alyx. Wir sind ja das müsste mal hier stehen geblieben. Ich würde sagen wir gehen einfach mal weiter Richtung dieses Tor dort. Vorher schauen wir uns noch mal etwas hier um. Vielleicht gibt es ja hier noch irgendwo etwas. Ah, sieh an. Nichts, schade. Noch ein Polymer. Sehr gut. Wir müssen ein Control Panel suchen. Das habe ich im Augenwinkel gesehen. Also wahrscheinlich diesen Kabel entlang hier. Hinauf. Tun oder Enter. Ah. Noch mehr. Ah, da ist das Kabel. Sieht schön aus. Komm. Komm runter. Gib mir das. Danke, komm. Ja. Schönen. 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 Oh mein Gott. Okay. spanische Herzschro Map. Interessant. Gibt es hier noch was. nichts, auch nichts, auch nichts, aber hier unten habe ich was gesehen. Sonst hier gibt es auch nichts. Da gehen wir gleich lang. Nichts, auch nichts, auch nichts. Zwei Magazine. Lohnt sich alles schön durchzusuchen. Oh. Okay. Wir haben hier unser Kurs. 22. Interessant. Okay. You know, Russell, now that I'm walking into the quarantine zone, it just hit me. I don't know anything about the quarantine zone. Oh, actually, the word quarantine comes from the Italian Quaranta Giorni, which means 40 days, the period that all ships were required to be isolated before crew could go ashore during the Black Death. All right. Cool. That's the control panel. They've probably scrambled the circuit. But considering no one would be dumb enough to open the hatch, it shouldn't be too hard to put back. Keine Ahnung, was das war, aber sieht offensichtlich richtig aus. So, der Strahl durch das Loch hin. Wow. Haha, there we go, finally. Oh, wow. How far is Fairview Junction? You'll go through the old subway tunnels on your way to the train yard. Have they started moving down yet? I don't think so, which is good news because we've still got time. Oh, that's great. Or bad news because they've already killed him. And you don't need to move a corpse, you just bury it. Or Bernard. You still there, Alex? Mhm. Tschüss. Tschüss. Nun, ja. Das sieht nicht so einladen aus. Wow. Russell, are you seeing this? Wow. All right. Here we go. Okay. Sehr interessant, sich das hier aus. Wow. Danke. Ich frage mich nur, wieso wir so viel Munition bekommen. Okay. Schade vorgab. Nichts. Was ist das denn? Hey, Russell. Ich habe nur eine leise Syringe von Gott weiß was. Ist das Mediziner? Hat es eine Skull und Crossbones? Ich sehe nicht einen. Wahrscheinlich Mediziner dann. Okay, gut zu wissen. Wir legen Stände in den Armtaschen. Okay. Interessant. Gut. Sonst gibt es hier nichts mehr. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, okay. Ja, das ist der Weg, dass wir gehen müssen. Keine Schmerzen? Ja, das ist der Schmerzen. Komm. Friss das Vieh. Was ist das? Oh, Mann. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oder hat noch eine Makatsin. Was ist das? Aber ist es, ich habe es gut. Hat da nicht noch nicht noch was? Oh, nur damit Sie wissen, die Russells haben ein geplantes Display. Das zeigt dir Resin, Ammo, das könnte in der Hand kommen. Entschuldigung. Danke. Und, tschüss, 16 Polymage, okay. Sonst geht's hier nichts mehr. Ach, komm schon. Äh, nein. Komm, friss das. Okay, will es wohl nicht fressen. Ist hier hinten noch was? Nein. Auch nichts. Okay, gut. Das geht sogar, okay. Noch ein neuer Helm. Nein. Nein. Ha. Nein. Ja. Gut. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Hat funktioniert. Hat funktioniert. hat auch Funktion, so hässlich, hoffentlich gleich beide, gut, okay echt schön, oh boy, yeah be careful, okay eins, so drüben liegt auch raus, stirb schon, gut, oh mein Gott, du hatte wohl nichts dabei, wie viel Schüsse hätte ich brauchen, hast du was für mich, das sieht nicht so aus, da muss ich mich kurz in den Raum, wieder zu Recht finden, nicht dass ich was herunterschmeiße, gut, gut, du auch, komm schon her, gut, 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 schmeißt der Typ mich einfach mit dem Kuffer ab, das geht ja mal gar nicht, okay, wir gehen gleich weiter, und so, gut, 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 steckt hier mal in die Halterung, Reflexvisier, und auch, oh, das funktioniert nicht, Interessant. Der sitzt dort ganz gemütlich. Ciao. Wow. Oh ne. Ja, du beliebt. Hey. Na. Beleza, beleza, beleza. Zon. Ok. Hast du was? Nein, natürlich nicht. Achtung, Kabel. Das... War knapp. Ok, ich würde sagen, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge von Half-Life-RX. Es war möglich. imerbilisiere keinen mehr wie sie für die Untertitelung des ZDF, 2020